So oft wie du kannst, weil Schule ist schöner wie Arbeit. Maxi, wie so wie Q. Rekrut. Rekrut. Wollen wir jetzt alle Rekruten hier nehmen, oder was? Welchem Menü? Max, machen. Ne, Maxi, ich meine nicht mit, tut mir leid. Ja, Martin, das ist auch sehr schlau, dass man ins Ubisoft Connect geht, wenn man gerade eine Runde geht. Ja, ist sehr schlau. Du hast nichts gesagt, Martin. Das ist normal. Da muss ich dir aber recht geben. Ja. Du brauchst keine Angst haben. Maxi ist genauso, der sagt auch nie Bescheid, wenn er weggeht. Du brauchst auch keine Angst. Ne, Digga, keiner hört dich. Wenn ich jetzt eine Aufnahme am Laufen hätte, Freund, ich schwör dir bei Gott, du hättest nicht gesagt, dass du kurz weg bist. Du hättest es nicht gesagt. Selbst wenn du es sagst, versteht kein Wort. Eben. Du sagst mal da, ich weiß, Maxi, das Ding wird mir das nicht. Ja, wenn, wenn... Oh, da du raged einfach zu laut. Nee, ich rede mit dem, obwohl er weg will. Nee. Ganz ehrlich, Maxi, wenn du nach Afrika läst. Ja, und in der Wüste einschläfst, ja. Du sabberst in der ganzen Nacht so viel, am nächsten Tag ist da ein Regenwald. Das war mal eine Wüste dann. Ja, deswegen, ja, da war es halt mal eine Wüste. So, Martin, 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 ey, ist so unangenehm gerade. Verstärk mal hier neben Max, Maxi eine Wand. Dahin geht, ja, jeder hat Wände dabei. Vier Gerüchte. Genau. Du hast insgesamt zehn Wände dabei. Also hier weiter. Ja, noch ein Team, die hat oder nicht? Hier weiter so. Nein, nein, nicht ein Schildplatz. Nein, weiter mit der Wand. Du hast, du hast alle fünf Wände jetzt drüber. Du kannst alle fünf Wände setzen. Als ob nur er so die Wände setzen könnte, Alter. Aber, Martin, du musst aufpassen, du bist Frost. Du kannst auch Bärenfallen auslegen, ne? Du wirst es ja auch unbedingt auslegen. Ja, deine Willkommensmatten. Immer als erstes vor der Runde. Apropos, ja, du könntest einfach hier zweimal Matten hinlegen, vor jedes Fenster eine. Dann könntest du Matten lassen. Ja, dann nimmst du auf meine Cover. Aber dann spreng ich mich auch selber um mit Kontaktgranaten. So ist nicht. Ich habe Eck angehesselt. Eck kommt durch Haupteingang. Ich habe Bug. Also so sieht es sich jetzt aus, dass du von Haupteingang kommst. Doka ruft da an. Ich habe leider keine Zeit für sie. Martin, du musst jetzt die Falltaste nach unten. Ja. Weil durch das Vibrieren hören die Gegner, wo wir sind. Genau, das war sie. Man ist frei. Man ist frei. Maxime, hast du? Nein, war schon. Wir sind doch hier oben irgendwo. Ja, ist er gestorben. Ja, Dokaibi muss hier irgendwo noch sein. Er ist tot? Ah, da war gerade jemand vor uns. Noch einer. Kommt rein. Ja, Doka ist die letzte, die noch lebt. Oh Gott. Ich dachte gerade. Ich bin nicht erster, Doka. Ich bin nicht erster. Ich bin nicht erster. und der mann bekommen ich dachte wir machen der kurschen schon gemacht die zwei sind ja bei er sagt dass wir die kunden stellen machen ja martin du nimmst jetzt mal du nimmst jetzt kessel das ist gleich der dritte männer den ich hatte mich in haltung er hat er hat von 1 bis 7 hatte die operator aber die standard hat er nicht ich habe ja die ursprüngliche aber ich habe ja nicht ich hatte alle aufhörte aber nicht das habe ich mir auch nicht verstanden und ich glaube du platzierst jetzt erst mal deine bären fallen zum beispiel platzierst du hier eine hin nein bären voller genau ein bisschen zurück so auslegen so dann kommst du mal mit hier packst du dein schild in die tür und hinter den schild eine bärenfalle das geht ja genau so gut mal kommt man mit wir haben keine zeit mehr für bären fallen andere richtung zurück über den schild über den schild mit über dafür trägt er noch ein bisschen was wo du stirbst gibt es noch so was wir haben wir wende 3 verstärkt dann gibt es auch noch so luken und hier ist eine luke die kannst du auch stärken salam alekoum ich würde lachen wenn einer von hinten kommt natürlich umgescheppert ja wäre irgendwie witzig maxi ich würde es mich feiern ich auch ja bei mir ist schon direkt einer ja ich bin ja unterwegs wäre nett der hat noch zirka unter die hälfte leben wenn sie durchkommen und die jackel ich weiß ich habe ich habe sie das ganz wieder ja ich bin wieder geldtattet hat die jackel tot hier war die helfen ja sehr schön es ist tot stehen bleiben wenn das kommt musst du stehen bleiben machen ja das ist laien ja maxi ach komm digga wenn du noch ein gegner übrig ich bin nicht mehr als das angreifen durch meine dings durch meine schüssel nice legende die größte legende ja das einfach durch meine falle durch meine schüssel der ist jetzt warum ja aber das macht die weit weg das lassen 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 kommen da muss kommen lasst du martin weg martin zurück mit denen sind vielleicht gleich martin ohne das was noch bleibt einfach da stehen man sie lassen es soll darum ich empfehle dir aber noch was martin auch wenn du eine schrotwind hast gezielt um die ecke ich will einfach damit er drei bitte ja dann lehnst du dich so nach rechts dann hast du ein bisschen mehr geschützt wenn du gerade in den raum rein willst oder so ja also eigentlich habe ich das gefühlt das bringt gar nichts außer dass du auf einmal 100 prozent mehr skill hast niemand guckt im weg ja das ist jetzt deutsche trainingklager für leute die ankommen mit rainbow hier martin du willst anrufen oder was du willst anrufen oder was dann bleib nein bleib auf der waffe bleib auf der waffe ja die macht mir die ist besser für anfangen ich kann mich ganz schön da brauchst du ganz schnell hintereinander dann schießt sie ganz schnell hintereinander aber du musst zielen ja ja und bei der anderen waffe die du hast hast du nur zwei schiffe deswegen das ist besser deswegen ist die besser und ich kann mich ganz schön nah halten mein rücken zu gesehen mein gott heul ich nicht so jung ich hatte heute so lange weise ich habe bloß gehofft dass du online kommst irgendwie habe ich immer mehr das gefühl maxi für dich ist max oder deine mama oder so das ist einfach die mutier nix da war ich war allein ich wusste nicht was ich mache ja martin ist unten wann warst du denn alleine wann warst du alleine auch vor gewesen wenn man war wann warst du alleine ja man kann 85 0 maxi schlafen ja und dann dann muss jemand und habe meine pc angelassen ja dann selber maxi darf ich den tipp geben wie ich auch mit dir zocken würde ja wenn du dich verfickt noch mal online stellen würdest damit ihr auch weiß dass du online bist du lappen oder bleibt in der party und dann bleibt nicht in der party das heißt nicht dass er wach ist ich bin doch wieder ich habe irgendein Teamgerät aus und kaputt gemacht Entschuldigung ooo ich habe mir mit einer granate wenn die granaten ja ja ruf mal bitte ok ich geh' euch alles durch digga gojo äh kapka digga kapka 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 ich habe hier die andere tür und das fenster digga maxi wie viel api hattest du äh acht oder so ich hab den das ist so traurig digga sitzt in der ecco und ich seh ihn nicht ok martin ich bin schon mal stolz auf dich das ist so mies fat digga Erstens, du bist der fünftbeste im Team, ja, du hast schon mal eine Meisterleiter, und du hast mehr Kicks als zwei aus dem Gegner-Team. Das stimmt. Das hast du gut gemacht. Das ist schon mal eines Kupferrands. Aber, solange du nicht so enttäuschend bist wie ich und der Typ in der Ecke sitzt und du den nicht siehst, ist alles gut. Ja, weißt du, was du machen musst? Gibt einen Trick, stelle ich irgendwo in die Ecke, wo dich keiner sieht, dann ruf an oder lauf nach unten oder so. Irgendwo, wo du safe bist. Ja genau, das ist nämlich dein Fehler gewesen. Ich kann dir noch was sagen, wenn du auf Optionen gehst, ne, und dann auf Einstellung gehst, und dann so ein bisschen bei Kontroll-Düren zuguckst, dann kannst du dir dort die Drohne ausstellen. Karte Linie? Ich habe ein Design für, oh, für Klass-Waffe. Und ein Buster. Selina geht da nicht automatisch in die Camp? Ja. Wenn du die wirklich auf dem Back, dann kannst du aufstellen, ja. Und meine Pack, Mama, halt. Nö, würde ich eigentlich so lassen, durch die Camps, ab und zu zu zwischen ist voll geil. Oha! Ne, weil, äh, wenn du reinläuft und die Camp wirfst, dann wissen sie ja, von wo du geworfen hast und so. Und, um das zu... Achso, ja, ne, da bin ich nicht automatisch in den Camps, ne? Meistens. Ja, dann habt ihr das ausgestellt. Da muss man, äh... Wo kann man das überhaupt umändern? Einstellung, dann auf Gameplay, also Kontrolls, und dann ganz nach unten, dann steht da irgendwann Drohnen. Und dann kannst du da auch nach rechts drücken, und dann steht das automatisch aus. Gameplay, Kontrolls. Bruder, ich hab das Spiel auf Deutsch, Digga. Kontrolls, ja. Äh, Drohnen. Das ist das Vorletzte. Das muss nach rechts. Auf Fortgeschritten, oder was? Ja, genau. Dann gehst du dich auf meine Seite mal. Ich hab das immer auf Fortgeschritten. Ja, haben wir verstanden. Marc, ich hol mir auf jeden Fall nächste Elite-Karte. Mhm. So, so. Aber was, ein frecher Elite. Ja, man hat da eigentlich eine Elite. Nö. Castle. Castle hat Elite? Ja. Ich hab grad unten Nasten gewinnen. Oha. Ich find's eine Animation, wenn man gewinnt. Was? Wer kriegt eine Elite? Castle hat eine Elite. Wait, run. Keine Ahnung, ich hab die Nachricht bekommen unten. Warte, ich guck mal nach. Ich find's richtig geil, Mann. Bedeutet, es gibt's schon wieder Elite, neue? Oha. Mhm, Castle hat Elite auf einmal. Nee, hat er nicht? Hat er noch nicht? Digga, seine Animation, Digga, von dem, okay? Ja, richtig. Castle war das. Castle ist Elite, Digga, tschüss. Ich will er haben, irgendwie. Wenn du dir von den Elite sehen könntest du dich nicht. Irgendwie sieht das alles geil aus. Ich hab eh, ich, ich kann den bei den Nachrichten sehen. He, die sind schon, die sind schon geil aus, sag ich ehrlich. Digga, die sind übelst fresh aus, Mann. Die sind übelst fresh aus. Digga, der hat einfach keinen Helm mehr auf. Ja. Aber seine Animation ist auch baumäßig, ja. Seine Animation ist übelst geil. Bruder, was trägt der für ne Jacke, ja? Na, irgendeinen Mantel. Erstmal kaufen, wenn er rauskommt. Der ist doch schon draußen. Der ist schon draußen. Ich kann den mir nicht kaufen. Ich hab den Bug wieder. Also, ich könnte mir jetzt aber ISO, ich... Was habt ihr alle? Max, das war doch der gleiche Bug wie mit Rook, ja? Ich möchte den aufhaben, warte mal. Wenn ich den mir jetzt kaufen kann, Digga, dann darf ich euch aus. Also, ich könnte ihn mir jetzt, ich könnte ihn mir holen. So ist nicht. Ja, hier, Elite Castle Paket, äh, warte mal. Wo ist der? Rufen, 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 rufen. Nein, nein, nein. Sag es nicht, du willst jetzt ernsthaft, Castle ist Elite. Ich hab kein Geld. Hä, den gibt's gar nicht, man kann ihn ja nicht kaufen. Ja, hab ich doch gesagt, Tamam. Hör doch zu. Und der wird bestimmt auch so seine 2000 V-Bucks kosten wie Eko. V-Bucks, genau. V-Bucks, das neue Fortnite oder was? Nein, das ist der 6-Credit. Tut mir leid, die Leute, die so auf den Höhepunkt sind. Oh, Mann. Fortnite, Tom Clancy's Fortnite 6-Each. Oder wie oder was? Bei Max, ich seh grad so, weil ich, ja, wir haben gerade bei der Nacht den Schutz, aber ist da irgendein schwarzer mit ner Halbglatze oder schützt die Kasse in die Linke-Paket? Ja. Irgendein schwarzer mit Halbglatze, gute Beschreibung. Hier fehlen einfach 11.520er 6-Credit. Nein. Max, 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 Max. Wenn du in Chip bist, dann schreib mir nicht. Max holt sich den erst, wenn wir da rauskommen. Da würde ich direkt ihn wieder blocken und flashen. Max, wie findest du deine Animation? Geht. Was für geht, weil du siehst. Nütze ich einfach für 900 Euro, äh, für 100 Euro einfach aufladen, ja. Okay. Obwohl ich hab, wenn ich nicht mehr mein Mainz, weil ich mir, glaub ich, den Lied jetzt trotzdem saufen. Oh, okay. Mhm. Mhm. Mhm Mhm. Das war sehr wichtig. Und was mich zurückgezogen, mich, am liebsten z débuter? Mag. Mag. aber die nächste Liste sind der jetzt Jana, hoffentlich ja, und dann Warden. Ja hoffentlich, wir wissen, wann der endlich rauskommt und ich will auch wissen, einfach alles wissen. Ey, jetzt zieht man aber auch mal den Gast. Ja, ich starte ja. Dauert ein bisschen, wenn man auf dem Shop ist und dann zehn Jahre zurück braucht, weil der hier ist, wie man, nö, darfst du noch nicht. Martin, Max wird wieder Geld für Rimbos geben, er wird sich die neuen Elite holen. Nicht. Ja. Jetzt hat er schon wirklich bescheid gesagt, oder? Ja, er ist so eine ganz komplexe Zeit, wenn ich das will. Ne, ich hab ein bisschen gekickt. Ja, wow, was bringst du denn jetzt Bescheid zu sagen, wenn er trotzdem so ist? Ja, wir haben so die Dung gestartet, das ist schon egal. Ja, die ist lustig. Ja, die ist lustig. Also, äh, mal die Beeren fallen an Fenstern oder hinter dem Schenk platzieren, so, ja, wie es dir gezeigt wird am besten, ja. Hallo, Maxi. Toll, ich war in der Reihe, bis jetzt hab ich mich mega geliebt. Oh, Favela. Hhmmm. Oh. Eine ganz miese Map. Wir müssen ganz schnell auf 10. Ah, zum Beispiel. Nein, 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 ja. Wir müssen ihn auf 10 erspielen, ja. Oh, ich war noch nicht. Hör uns nicht. Wann jetzt mal dran. Hör uns nicht. Ah, zum Beispiel. damit wir vernünftiges gameplay machen können mit bannen und so immer weg bist du eigentlich dass sie doch jetzt lassen doch jetzt Ich weiß ja das selber nicht mehr. Oh, da war's. Genau, Mord. Acht auf mich, dass ihr gespawne-peaked werdet. Ich kann ihn anwerfen. So, Martin, ich mach's immer so. Ja. Ja, das hab ich nicht mehr. Martin, im besten Fall zwei Fenster und einmal hinterm Schild. Hat ein Filz? Bei dir? Alter, ich hab 6 HP. Ja. Easy weg. Ich verhöre. Oha, die sind schon drin. Jaaa. Maxi, am Loch. Da ist ein Loch. Pass auf. Maxi, da ist ein Loch. Oh, ganz ohne Sledge. Alter, gerade mit dem Loch gehört. Maxi, geh weg. Maxi, geh weg, versteht er nicht so. Ach komm, da war schon drin, ey. Ich hab gedacht, da oben ist noch ein Dach. Maxi, warum gehst du pushen? Weil ich ihn gehört habe. Weil du was? Weil ich ihn gehört habe. Ja, schön. Ja, und die dort sind doch nicht pushen, ja? Hm, aber ich weiß nicht, ob es schon mal war. Jetzt spiel ich Orjogs. Ja. Auch mit der anderen Waffe spielen. Einfacher als mit der. Ja. Ich guck grad mal nach so ein paar bestimmten Leaks zu Rainbow, was jetzt nächstes von Elite, was als nächstes für ein Elite Skin kommen könnte. Wir planen das auf jeden Fall schon Warden. Ja. Ja. Die ist besser, ich schwöre. Die Pump ist Müll. Nein. Die Pump ist nicht Müll. Für Max ist die kein Müll. Ja, okay. Wenn wir am liebsten stillst. Ja. Was spielte denn jetzt? Spiele später die Killung? Er spielt jetzt die Schnellschutzwache, ja. Ja, ist auch gut so. Die Pump ist halt von Pump spielen. Da hab ich doch ihnen gesagt, das ist die Scheiße. Die Pump von Duka Yebi und von Virgil Martin, die ist halt, die hat halt zwei Schuss. Kann zwar auch 500 Kilometer noch treffen, aber... Hast du Face. Na, dann ist es auf jeden Fall tot. Du brauchst ein bisschen mehr. Wie soll sich verdrohen und für Jana? Da hab ich doch nicht zu. Ja. Der kann sich, der kann sich vor Drohnen... Und... Und... Da kann sich vor Drohnen... Und... Und... Und sich vor Drohnen tarnen. Vor Drohnen oder vor Diana? Wenn die hier mit dem... Äh, Max! Hinter ihr würde ich aufpassen. Ja, ich würde auch bei dir aufpassen. Na ja, hab ich schon gesehen. Da ist noch einer. Da ist so eine Duka. Hast du einen Flash? Alter, ich bin Full Flash, ja? Okay, sie ist drin! Hab sie! Oh. Ich geh nicht mehr zu euch, wo kannst du nicht hin? Digga, er hängt schon wieder... Er hat schon wieder da ein Loch, Maxi. Geh mal hin und späh mal da durch. Langsam reich. Der hängt immer noch am Loch. Einfach durchlaufen. Ist der nicht runtergefallen? Ne, er hängt immer noch an dem Loch draußen. Aber auch gesagt, Maxi! Pass auf, da ist ein Loch an der Wand. Hinter dir, Selina, hinter dir. An dem Loch links. Links an der... Links von euch an der Wand. Ja, genau das Loch vor dir, das ist es. Ich würde nicht in die Kämmen gehen. Ich würde nicht in die Kämmen gehen. Das ist ein großes Loch. Jetzt wird jemand mit da reinkommen. Ich möchte erst mal Kämmen gehen. Vielleicht sehen wir ihn ja irgendwo. Dann können wir ihn pingen. Ah, Keller! Also, jetzt geschafft. Läuft hoch, kommt die Knappe hoch. Und pingt. Läuft wieder runter. Jetzt hier am Fenster. Wollt von ihm in der Ecke. War in der Ecke, Digga. Ich kaufe richtig chillig an dem vorbei, Alter. Ja, die haben... Ey, der hat... Die haben alle richtig Bock, Alter. Du laufst immer an dem vorbei, weil die nur in den Ecken stehen, ja? Mhm. Aber der hat mich ja nicht getroffen, also. Eben Worn in der Ecke gehabt, jetzt der in der Ecke. Also, und wir mögen heute alle die Ecke. Voll die Deckenkinder irgendwie, finde ich. Ja, aber immer komischerweise nur bei dir. Mhm. Entweder die sitzen in der Ecke und ich seh' sie einfach nicht und sie verlam' ich komplett so wie der eine von, oder ich lauf' einfach an dem vorbei. Ja, ja. Eins von beidem steht immer. Hey, Barna? Aber nicht mit der Pump. Ich würde die Waffe gut empfehlen. Pump sind immer schlecht. Vor allem als Angreifer. Ja, ich sag' einfach, ist es so oder so scheiße. Mhm. Außer du hast natürlich eine Sekundärwaffe, die ein bisschen schneller schicken kann. Ja, dann ist geil. Aber auch den Rückstoß halten kannst. Das ist das Wichtigste. Rückstoß halten. Mhm. Wenn du Rückstoß hast, muss ich an Ellas Waffe denken. Weil die Team sich immer aufgerebt hat, weil die so einen Rückstoß hatten. wenn ich mit der irgendwie halbwegs klarkomme, aber keiner von euch so klarkommt. Ja, Lea, das ist auch die größte Müllwaffe im ganzen Spiel, ja? Bei Rückstoßwaffen musst du einfach mit dem Joystick-Ware und ich schieße halt einfach, äh, ganz vorsichtig nach unten, äh, ziehen. Somit hat die Waffe dann auch nur Rückstoß. Ja, mach ich, aber die Waffe geht trotzdem nach oben. Ja, dann musst du halt ein bisschen stärker runterziehen. Die sind hier aber nicht. Oh. Oh. Die sind unten. Ja. Oh, meine Kellen ist die schönste von allen. Oha. Oha. Was sind denn das für Fögel? Diese Drachen? Das ist wirklich eine wunderschöne Kellen. No score of Selina. Ich bin diejenige, die euch hochhalte. Ja. Nee, du kriegst aber ein Wahn, wenn ich so nett bin, kriegst du ein Wahn von mir reingedrückt, tötest du noch mal ein Team mit, dann kriegst du ein Wahn. Oh. 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 Ja, Capcans fallen. Eigentlich kannst du jetzt herkommen. Doch nicht. Capcarn ist genau, wenn du jetzt wieder runter gehst, genau geradeaus die Tür. Ach komm, bei mir war Capcarn. Er war genau die Tür geradeaus weiter durch, war Capcarn. Ja, lass mich mal gucken gehen. Kevli Capcarn. Mann, lass mich gucken gehen, er rennt von meinen Füßen. Ja, ich will unbedingt, dass du ihn killst. Pass auf, muss ich jetzt mal links groß werden. Ja, ich hab's kapiert. Bei wem ist es gerade gefühlt halbe Sahara im Hintergrund? Bei Maxi. Maxi, wieso tschüssst du an der Wüste? Ja, er ist genockt, aber das treffe ich nicht. Ja, du kannst von der anderen Seite kommen. Alter, wo sind die Capcarn fallen, Alter, hier im Badezimmer. Manni rennt durch zu mir. Da ist mir jede einzelne Capcarn gelaufen. Renne einfach durch. Gibt mich auch. Oh. Ich hab ein Tier gemacht. Ja, ich hab 20. Ja, du musst zählen und dann kannst du genau. Ja, du musst zählen und dann kannst du genau. Malin, lass mich mal. Ach komm. Rechts, rechts, rechts. Und jetzt rein ist direkt rechts. Muss da auch rein. Malin, da läuft eine Zeit ab, ja. Wusstest du nicht? Ja, die piept da oben in der Mitte. Bist du jetzt sogar ein Ansager, der sagt noch 10 Sekunden. Warum guckst du nur nach unten? Du sagst ehrenlos, dann bräuchten wir jetzt nochmal einen Montage. Äh, was bräuchten wir dann noch? Ein Capcarn? Jetzt wird ehrenlos gespielt. Bitte. Oh, jetzt wird mies ehrenlos bei euch beiden gespielt, sicher. Max, du kannst gerne noch tausendmal Elite schreien, aber skill kann man sich halt nicht kaufen. Wohl, doch kann man mittlerweile schon. Maxi, wenn du so einen Rainbow Coach brauchst, ich nehme 50. Ich nehme 50. Ja. Für 10 Minuten. Oha, und wie viel dann ungefähr für eine Stunde? Naja, man kann's ja rechnen, oder? Sechs mal 50. Na gut. Ich weiß ja nicht mehr, also. Ja komm, wir machen, wir machen. Maxi, wir machen Freundschaftsrabatt, 400 die Stunde. Er hat gar nicht zugehört. Wir wissen, dass jetzt Eko-Elite ist, okay? Ich wollte gerade ver- ich wollte den gerade verarten, dann hat er mich doch bekommen. Ich will auch. Was? Wir müssen aber runter. Was, ein Hurensohn? War wieder. Mal sehen wir drauf stehen. wenn ich das schon sehe ja egal wie du aussiehst aller legendär macht auf die scheiße wo gibt es mit deckung wird sich pushen dass du mir nicht zu ja käften fox macht dich weg spiel nicht du hast für mich gerade den kill geklaut ich hab ihnen doch wir haben immer noch ein echo ja ist mir auch klar dass die noch ein echo haben aber ich hab den ich hoffe dass jetzt kein operator natürlich muss einfach oder so sagen mit monti ist eigentlich so ein operier spieler ne ich bin ein komischer schildspieler ich gebe nie deckung warte mal du sagst gerade monti soll ich dir auf die stirn schreiben oder so wir spielen locker 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 auch mann ich wollte wie ich wollte die miete von morgen ach was für maxi bräuchte cool aber trotzdem wenn du den elite davon sehen willst dann gehst du einfach gleich in deine ganzen operator und guckst einfach ja dann heulen nicht ich hab den gab es in irgendein battle pass ein video ich glaube es in irgendein battle pass ein video im stadt habe ich gesagt ich glaube das war der letzte season oder vorletzte season da haben wir ein video aufgenommen mit dem elite wie er da feiltet wie die gegner ja malin du kennst den job on the cam behindert digger magst du das da antwort ich jetzt mal nicht nein magst du nein hast du noch eine ja ja wenn ja das war eine hier hin ich bringe da gerne nach toll ich wollte die ich wollte nur die scheiß drohne haben und dann läuft maxi mir halt rein maxi ist zu mir leid hier gegenüber maxi ist tut mir wirklich leid da ist ein bug hier ist ein bug hier ist ein bug ach mensch der steht der ist gedobt ich sag dir da wird bestimmt einer durchspringen in die in die frostmap der hat so gelitten danach der arme ey sledge ist unter euch sledge ist ganz unten bei euch an der treppe hier unten hier unten ich wurde gejagt schau schau von zwei seiten digger der arme frostmap und dann noch von zwei seiten der ist wieder an seinem fetten loch man das heißt lion ja warte ich hab deine camp platziert die fotze ach du da oben ist noch einer wo man kommt rein wacke ist drin wacke ist drin hab ihn bleibt nur noch lion und der ist halt wieder unten in seinem loch lion sitzt da ja ja ich ping ihn euch sogar noch in der laufeide durch ja er ist am fenster ja der arme der wird durch die gefilmt von mir jetzt ist over time wenn ihr die schnauze halten können wir auch gewinnen ja ja dann geh schnell essen gewonnen auch mensch ich sehen wir bei kyris elite ja was habt ihr ein problem mit meinem ich mag den elite irgendwie keine ahnung warum ich mag nur den skin nicht so komplett von ihr ja du brauchst ja nicht den skin tragen ja du könntest ja so denn die uniform kannst du ja wechseln und den kopf bedeckt also den ja aber ich hab halt nix gutes was halt dahin passt so das ist das problem ja ich wünschte man könnte die kleidung einfach entfernen ja ja ok ich bin ja okay jetzt beläst du ihn nicht weit wäre unmöglich ich glaub dann würde ich nie wieder aus dem operator-menü rauskommen oha was kann der 1 und das vier jahre spielzeit ja sagen wir die ganze zeit im menü da man macht hast du ohne mich recht gespielt wieso warum bin ich selber vier und sie waren das letzte turnier verloren haben maxi und ich unter hier war ich hatte ein punkt weniger zu tun dadurch dass wir verloren haben